Auf, auf, auf! Schuss, 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 schuss! Los, schuss, schuss! Schuss, schuss! Hilfe? Den Anfang machte der Nachwuchs. Manche ganz am Anfang ihrer Karriere, aber alle motiviert, konzentriert und stark. Besonders Spaß machte der Fight Francesco Messineo aus Bruchsal gegen Franklin Duomo aus Marburg. Die beiden 14-Jährigen schenken sich nichts und boxen bereits auf beachtlichem Niveau. Das sind die lange Hände. Die beiden 14-Jährigen sind in der Welt verliebt. Untertitelung des ZDF, 2020